3x21, hier Leitung! Wie ist Ihr Status? alles sicher leitung nix ist sicher nicht für dich will der mich verarschen komm schon der fasst mich jetzt wird es Zeit die Waffe doch mal zu wechseln nein das war ein Fehler das war ein Fehler jetzt ist die Zeit Flagge zu zeigen der Feind dem es nicht genügt unsere Brüder und Schwestern anderswo zu unterhalten ist hier gekommen und wird geklappt wer will uns ausschalten halt die Klappe Stahl das sind meine machst du platt, machst du platt, machst du platt das ist tot auch tot, super super wow der Stahl, der kann nicht seine Klappe halten aktenlos erhebt kein dem anderen, in Dekton link Quatsch ним . Ob ich hier so ne geile Deckung habe? Ich konnte nicht mehr zurück! Habt ihr gesehen, wo ich die ganze Zeit in Deckung war? Ich konnte nicht mehr zurück! Ich konnte nicht mehr rein! Scheiße, man! Denken an die Millionen, die hier den Feind zum Opfer lieben! Ich konnte nicht mehr zurück! Ich konnte nicht mehr zurück! Ich konnte nicht mehr zurück! Nur der Reichen muss die Feind zum Opfer zurück zu schlagen! Aus den Dränen von Kräzen! Sie wollen die Anschein, die Köpfe nach unserer Schatten! Die Kraft der Rache, damit sie euch Kraft gibt, eure Fäuste starrt. Sie werden euch zum Sieg führen. Komm, 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 komm. Während sie reden, habt ihr falsch unsere Beleidung gesprungen. Ich muss in den Kontrollnummern. Wenn ich das System habe, kann ich nicht leicht heraus für die Waffe lesen. Ich bin beim Kontrollturm. Ich hecke die Eingangstür. Moment, ich hab's gleich. Ja, ja, mach, mach. Boah, die Alte gehen immer auf den Sack, wa? Bin dringend! Den Rest kannst du machen! Tiefen Feuer, das ist immer tiefen Feuer, halten! Wir haben Kontakt, wir haben vor mir! Stimmt, da war ja längst noch einer. Dumme Sauherr. Ja, stimmt. Der Sieg, der Sieg! Der Sieg, der Sieg! Die Alte gehen immer wieder runter. Und die Alte gehen immer wieder. Ich habe nicht zu, die Alte gehen in den Rachen. Ich habe nicht zu, die Alte gehen. Ich habe nicht zu, die Alte, der Sieg! Wenn Sieg, der Sieg! Wenn Sieg, der Sieg! Das ist nicht wichtig, wie Sieg! Ich weiß, das ist nicht so, das ist er. Ich weiß, was du gerade sch 만들te. Oh, du Sau, bist du tot jetzt? Ich glaube, jetzt ist er tot. Oh, mein Gott. Oh, wie ich sowas liebe, man. Das lieben wir doch alle, oder, Leute? Ja, klar. Ah. Geben Sie uns Rückbedeckung. Fress das, ich schweine. Oh, okay. Oh, hab ich daneben gesammelt. Oh, ich schweine. Oh, ich schweine. Oh, ich schweine. Oh, Granaden werfen. Ja, das hat er drauf. Runde da. Oh, okay. Sie formieren sich neu. Sie werden wieder angreifen. Munition überprüfen. Munition überprüfen, Junge. Ich werde die Eingangstür und Hexen damit ihnen nicht reinkommen. Oh, okay. Oh, ich schweine. Oh, ich schweine. getanzt, dass sie nicht reinkommen, damit sie nicht reinkommen haben. Oh, ich habe es auch Zeit zu kommen. Erledigt. Das sollte sie aufhalten. Nehmen Sie möglichst viel Munition mit. Es geht weiter. Ey, ich sag ja, also das mit der... Ich sag es ja. Hört ihr das? Die Musik ist echt nicht die beste hier irgendwie. Verdammt, ich bin fast fertig. Halten Sie sie noch etwas länger in Schacht. Sagen nicht, die anderen verschwinden dann. Boah, wie ich sowas hasse, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hecken, Hecken, Hecken Haben wir es jetzt? Haben wir es jetzt? Jetzt haben wir es Was ist denn mit ihrer Stimme plötzlich losgeworden? Jetzt gefällt es mir gar nicht mehr Voll aggressiv, ey Ich höre, dass sie sich als mein Mörder feuern Ich hoffe, sie genießen es Das sind ja ein Kinderspiel Der Ripport Angriff Schicken wir alles, was wir haben Okay Die werden sie nicht hacken können Hä? Hey, ich stehe, unser erneuerst ihre Rüstung Zerstören sie Er kann nicht gewinnen! Es ist mal wieder so weit! Keine Munition mehr! Keine Munition mehr! Warum hat man eigentlich in diesem Spiel so ein geiles Hauptgewehr, was aber die ganze Zeit leer ist, weil es so wenig Munition gibt? Wow! Okay! 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 Okay!